Das dazugehörige Motto lautet dann Einmal bekehrt, immer bekehrt. Und ich fände es toll, wenn es so wäre. Aber ich habe da ein paar Bibelstellen in meiner Bibel gefunden, die nicht so recht zu diesem Modell passen wollen. Die nicht passen wollen, weil sie von einer realen Gefahr durch falsche Propheten und Irrlehrer für den Glauben von Christen sprechen. Im Neuen Testament treffe ich auf Menschen, deren Glauben zerstört wird und ihre Christusnachfolge einstellen. Das ist, was ich damit meine, wenn ich sage, dass er sofort gerade herauskommt mit seiner Irrlehrer. Er vertraut auf sich selbst, er vertraut auf seine Christusnachfolge, wie er das hier ausdrückt. Er sagt, wenn du Jesus nicht nachfolgst, im Grunde genommen, na dann bist du nicht gerettet oder verlierst deine Erlösung. Das ist, was er damit zum Ausdruck bringt. Er macht die Erlösung abhängig von deiner Nachfolge. Aber warte mal, unsere Rettung ist abhängig von unserem Glauben, nicht von unserer Nachfolge. Wir müssen nicht Christus nachfolgen, um gerettet zu werden oder um gerettet zu bleiben. Wir müssen an Jesus glauben. Wir müssen nicht Jesus zu unserem Herrn machen, zum Herrn unseres Lebens. Wir müssen nicht Jesus gehorchen, um gerettet zu werden. Wir müssen nur Jesus glauben, um gerettet zu werden. Problem ist aber, wenn man gerne falsche Bibelübersetzungen liest, dann liest man in Johannes 3, Vers 36, wer habe dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zornkreis bleibt auf ihm. Weil diese falschen, modernen Bibelübersetzungen, Gottes Wort verdrehen, das haben wir nicht verdrehen, dann sagen sie so, siehst du, du musst Jesus gehorchen. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist, was vielleicht deine bescheuerte Hoffnung für alle lehrt oder vielleicht auch die Elberfelder, keine Ahnung. Das ist aber nicht, was Gottes Wort lehrt. Eine richtige Übersetzung, wie die Stachter 2000 zum Beispiel. Wir müssen nicht Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden, wenn unsere Errettung, das ewige Leben, abhängig wäre von unserer Nachfolge. Moment mal, dann ist es kein Geschenk. Das Geschenk Gottes ist das ewige Leben, aber du musst Jesus auch nachfolgen, du musst Jesus auch gehorchen. Und wenn nicht, dann verlierst du es. Oder dann bekommst du es gar nicht erst. Das ist kein Geschenk. Das ist ein falsches Evangelium, was er da lehrt. Pure Werksgerechtigkeit. Pure Werksgerechtigkeit. Wir müssen Jesus nicht nachfolgen oder lieben, seine Gebote halten, um gerettet zu werden oder zu bleiben. Die Errettung ist allein aus Gnade durch den Glauben, nicht aus Werken. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der hat den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wer dagegen keine Werke verrichtet. Rate mal was, Jesus Christus nachzufolgen, ist Werke. Es ist schwierig, Jesus nachzufolgen. Täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen. Nicht dem Fleisch nachzugeben. Das ist Arbeit. Das sind Werke. Aber wir werden nicht durch Werke gerettet. Jürgen Fischer ist ein Irrlehrer. Das merkt man schon in den ersten vier Minuten. Er macht seine Errettung von seiner Nachfolge abhängig. Aber die Bibel sagt auch im bekanntesten Vers der Bibel, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Nicht jeder, der zur Kirche geht. Nicht jeder, der von seinen Sünden umkehrt. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt, sondern jeder, der auf Jesus vertraut. Einfach vertraut auf Jesus, dass Jesus für uns gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Er hat bezahlt. Wir müssen nicht Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden. Ich denke, dass es eindeutig ist.